Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Im heutigen Video gibt es ein kleines Update zu dem wohl kontroversesten Video, was ich auf meinem Channel jemals hochgeladen habe, nämlich zu der Rezension von Gisada Ambassador for Men. Diese habe ich vor zwei Jahren aufgenommen. Und was soll ich sagen, Freunde, manchmal ändern sich Meinungen und so ist es eben auch hier in diesem Fall. Und deshalb möchte ich euch heute in diesem Video gerne mein Update geben zu Gisada Ambassador for Men, was ich glaube, was dieser Duft kann oder auch nicht, wo seine Stärken und seine Schwächen liegen. Und deshalb schon mal ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Also zunächst mal ganz wichtig zu sagen, das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, ja, genauso wie das früher auch nur meine persönliche Meinung war. Spannend ist aber auf jeden Fall, dass die Community rund um diesen Duft hier eine richtig hardcore Community ist, ja. Denn es gibt tatsächlich kaum unter einem Video so viele Hate-Kommentare und du hast doch gar keine Ahnung, Nachrichten, wie unter diesem Review von mir damals. Und ja, ich habe diesen Duft hier inzwischen nochmal getestet und das eben alles nur, weil es sich hier um einen der größten Panty-Dropper-Düfte aller Zeiten handelt. Es gibt nämlich tatsächlich sehr viele Jungs, die das mir in die Kommentare geschrieben haben, dass sie damit eben allerhand Frauen flach liegen. Was natürlich nur an diesem Parfum liegt, um das mal ganz, ganz simpel an dieser Stelle festzuhalten. Ja, es kann nur an diesem Duft liegen. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall so. Ich finde diese Argumentation immer noch ein bisschen fragwürdig. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es sich hier im Grunde genommen natürlich um einen Mango-Sorbet-Duft handelt. Also um einen Duft, der sehr fruchtig ist, der sehr süß ist, der auf jeden Fall auch so eine gewisse punchige Synthetik-Note hat, würde ich sagen. Ich habe das früher gar nicht abgekonnt. Ich muss sagen, dass mir das früher einfach nur stechend süß-synthetisch vorkam und irgendwie nicht gut. Und hat sich auf meiner Haut auch nicht besonders gut entwickelt. Die gute Nachricht ist, dass sich für mich persönlich vor allen Dingen am Anfang dieser Duft hier nochmal deutlich gewandelt hat jetzt. Also jetzt blicke ich eben zurück auf diese Zeit und denke mir, hm, irgendwie war ich da glaube ich doch ein bisschen sehr kritisch am Anfang. Denn ganz ehrlich, dieser fruchtige Auftakt gefällt mir bei diesem Parfum inzwischen sogar ziemlich, ziemlich gut. Und das nicht nur auf dem Teststreifen, sondern auch auf meiner Haut, was damals nämlich ein absoluter Dealbreaker war. Weil ich damals das nämlich getragen habe und ich konnte wirklich nicht mehr, weil es so erdrückend war für mich. Das ist heutzutage anders. Ich weiß nicht, ob die vielleicht irgendwas an der Formulierung geändert haben. Aber mein Eindruck heute ist auf jeden Fall, dass dieses Stechende deutlich zurückgegangen ist. Und du am Anfang einfach eine ganz schöne, süßliche, fruchtige Mango-Sorbet-Note hast. Ich finde auch tatsächlich, dass man Mango ganz, ganz deutlich hier rausriecht. Und das ist eben das, was am Anfang tatsächlich hier der Fall ist. Eine der Stärken von diesem Parfum liegen auf jeden Fall in der großen Haltbarkeit und in der starken Projektionswolke. Ich habe tatsächlich schon einige Leute getroffen, die diesen Duft getragen haben. Und ich kann euch auf jeden Fall bestätigen, dass dieser Duft sehr, 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 sehr stark ist. Also wer starke Düfte sucht, die nicht zu viel Geld kosten, wird mit dem Gisada Ambassador from Men auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung haben. Ja, weil das einfach ein sehr starkes Parfum ist, was auch definitiv um euch herum auffallen wird. Das ist wirklich fast schon garantiert. Ihr solltet aber wissen, dass auf jeden Fall dieser Duft ein sehr süßer Duft ist. Und wie gesagt, mir persönlich hat das früher so gar nicht getaugt. Sogar so wenig, dass ich den Duft auf meine Top 10 schlimmsten Düfte aller Zeiten Liste gesetzt habe. Von der ich diesen Duft jetzt inzwischen tatsächlich wieder runternehmen würde. Ja, und ihr merkt eben, dass sich Meinungen auch im Laufe der Zeit verändern. Es ist aber nicht so, dass ich diesen Duft immer noch 100% empfehlen würde, dass ich mir selber einen Flakon kaufen würde. Einfach aus dem Grund, dass du im Dry Dawn schon sehr deutlich eine gewisse Synthetik und eine gewisse Ambroxan-Note merkst. Also ich finde, am Anfang geht der Duft tatsächlich klar, aber dann im Dry Dawn entwickelt es sich irgendwie in eine für mich persönlich sehr unangenehme Variante. Hat mich tatsächlich ein kleines bisschen an den Date for Men von Jeremy Fragrance erinnert, den ich persönlich ja auch gar nicht abkonnte im Dry Dawn vor allen Dingen. Und der einfach irgendwie muffig gerochen hat. Und diese muffige Note, das ist glaube ich so, wie ich es beschreiben würde, die kriege ich bei dem Gisada Ambassador for Men auch immer noch raus. Das heißt, der Anfang geht inzwischen tatsächlich überraschenderweise für mich klar. Ich finde den Duft am Anfang sehr schön, aber dann so nach einer halben Stunde, nach einer Stunde geht der Dry Dawn langsam los. Und dann merkt man so, ach, irgendwie ist es so ein bisschen muffig. Und das ist der Punkt, wo es dann bei mir persönlich aufhört. Das heißt, ja, ich werde immer noch kein 100%iger Fan davon. Aber trotzdem ist natürlich spannend, dass sich die Meinungen so im Laufe der Zeit doch irgendwie verändern. Und dass sich auch die Nase weiterentwickelt, beziehungsweise in eine Richtung entwickelt, wo man dann Düfte, die man vorher nicht mochte, plötzlich doch mag. Das heißt, ich kann inzwischen mit gutem Gewissen sagen, dass ich diesen Duft hier vielleicht doch schon irgendwie empfehlen kann. Ihr solltet den aber definitiv auf der Haut testen und euch vor allen Dingen anschauen, wie der sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ob ihr mit dem Dry Dawn klarkommt. Und dann dürft ihr natürlich gerne auch diesen Duft hier kaufen. Denn performancemäßig ist er, finde ich, sehr, sehr gut. Er performt sehr gut. Er hat auch einen schönen, fruchtigen Auftakt, meiner Ansicht nach. Und das ist eben das, was ich zu Gisada Ambassador for Men sagen kann im Jahr 2023. Das war es soweit von meiner Seite aus mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Meine Frage natürlich an euch. Habt ihr diesen Duft getestet und was ist eure Meinung dazu? Findet ihr den schlimm? Findet ihr den gut? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euren Input. Und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Kai. Euer Kai.